Hallöchen zusammen, herzlich willkommen zurück zu Spey, Hearts of Iron 4, in der wir mit unserer Armee jetzt angreifen werden. Wir sollten, ja, alles aktiv haben, dich auch, dich auch, das heißt, bitteschön mein Freund, wir erklären dir hiermit offiziell den Krieg. Und ich würde gerne weitermachen mit euch hier, Kriegsgrund rechtfertigen, braucht 40 dafür, okay, passt, ist in Ordnung. Es ist gelb, weil wir noch nicht die Hoheit haben, aber das wird schon irgendwann. Ich glaube daran, irgendwann machen es einen Fehler und ich kann reinkommen. So wird es, so war es und so wird es immer sein. Oh, wir können wieder was holen. Wie wäre es mit ein bisschen Artillerie noch? Das wäre jetzt schlecht eigentlich. 38 Artillerie, ja, einmal. In drei Lieferungen. Okay. Und dann haben wir noch was übrig. Wie viel haben wir denn noch? Wir haben gerade zwei weitere Fabriken noch da. Da sagen wir bitte, ich möchte... Die Infanterie haben, so, zack. Zwei Stück auf elf Lieferungen. Das ist dann quasi für lange, auf lange Sicht gesehen. Das passt aber auch dann. Zwei, drei, drei Lieferungen. Und noch mehr. Ja, wir werden voll sein. Wir werden voll sein. Acht, vierundzwanzig. Ach, komm schon. Garantritt bei. Ähm, wie lange bräuchten wir jetzt hier nochmal sagen, wir würden Kriegskontrakt fertig. 200 Tage. Ähm, macht gerade keinen Sinn, solange wir noch nicht angreifen können. So, bei neun. Komm schon, komm schon. Lasset mich einmal durch. Ein einziges Mal möchte ich nur durch. Ach, das wäre schön. Oje, oje. Die Stabilität ist nicht gerade hoch, stelle ich fest. Wir bräuchten einen Sieg. Auf irgendeine Art und Weise zumindest. Wenn ich dich jetzt trainieren lasse, das reicht aus. Komm, machen wir nebenbei. Das Werkzeug ist auch fertig. Dann machen wir jetzt nächstes. Na, verteidende Strie. Und das muss ich immer noch geschafft haben, durchzubrechen. Das ist echt. Dass da noch nichts passiert ist, ist unschön. Massiv so schön sogar. Ähm. Keine Panzer, das machen wir auch nicht. Ungruppieren machen wir auch nicht. Bin jetzt gerade alles nix. Danke für die Jugend, die ist recht gut. Ausbildungszeit verbessern. Ideologie brauchen wir nicht. Zwei vier Zivilfabriken. Ja, das bringt schon eher was. Das hat was. Und wie schaut es denn eigentlich aus mit unserem Straßennetzwerk? Algerien ist nicht aufgebaut. Immensk 2. Aber ich hätte gedacht, Algerien bekommt auch was. So mal. Hm. Dann halt eben nicht. Dann halt eben nicht. Komm schon, liebe Spiel. Gebe mir einmal die Möglichkeit. Irgendwann muss es doch weggehen. Oh. Danke, Italien. Möchtest du mitmachen? Ähm. Nicht angepackt. Krieg beitreten. Könnt es beitreten? Das geht leider auch nicht. Schade. Neibachanfall geht auch noch nicht. Sonst können wir uns nämlich noch wesentlich mehr Zeugsel holen. Aber, ja, was soll's. Was soll's. Uruguay und Co. Ist auch nicht gerade so gut. Ah. Produktivität erhöhen. Definitiv, ja. Brauchen noch mehr Waffen. Neun Stück, 18. Also, feindliche Schiffe gibt es viele, stelle ich fest. Massivst, massivst viel sogar. Und ich wollte gerade sagen, für einen kurzen Moment gab es mal keine. Ziemlich wenige. Eieiei. Ähm. Radio Kampagne können wir auch mal machen. Der Wert ist halt echt der Schlimmste, dass der so niedrig ist. Sonst, wir haben Waffen, wir können ja angreifen. Kommt noch nicht rüber. Sonst noch irgendwas gerade. Nein, U-Bude werden ja auch gebaut. Sie werden ja draußen, sie werden laufend rausgeploppt. Und es bringt aber immer noch nichts. Ähm. Hier bitte machen. Noch mehr Soldaten rauspumpen. Oder warum nicht? Ähm. Bitte einmal 14 Stück. Dann werden die nämlich voll. Ja, das war's. Die ist wieder wunderbar. Einmal hier rauspuppen lassen. Auch nur ein einziges Mal muss die Marine von ihnen nicht da sein. Das ist beendet. Ist das in Ordnung? Komm schon. Komm schon. Computer, bitte. Lass mich jetzt hier nicht hängen. Spanien hat gewonnen. Wow. Unschön. Ich wollte eigentlich hier drüben landen, bevor noch Spanien quasi was zu melden hat. Aber anscheinend ist es problematisch. 15. Es sind mal welche da und welche nicht da. Ihr seid doch alle hier momentan. Ihr seid alle hier. Ich kann nichts machen. An der Stelle überhaupt gar nichts. Ich kann mal so einen Forschungsbereich machen. Wenn es sonst nichts gibt, forschen geht immer so, wie es ausschaut. Beschlagnommen. Und das geht noch. Das geht noch. Waffe bekämen. Ansonsten. Pam, 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 pam. Navy. Dann ist es über Fahreffizienz erhöhen. Ist jetzt nicht das Notwendigste auf der Welt, aber... Vielleicht bringt es ja was bei Doktrinen oder sowas. Hm. Da ist nichts. Hier. Und ich noch mit rein. Mein Freund, mein Freund. Du kommst mal hier rüber für den Moment. Dann wirst du darüber geparkt. Und alles was rauskommt, kommt dann direkt auch noch mit nach da hinten rein. Ja. Oh. Ist hier sogar noch mehr? Das sind alle gerade. Wow, okay. Das sind jetzt gerade ziemlich viele, die rausgeploppt sind. Passt soweit. Ähm. Hm. Obergrenzenhöhen. Ja, definitiv... Ah, nee, nicht Obergrenzenhöhen. Bessere Waffen machen. Soweit sind wir schon gekommen. Wir kommen hier nicht raus. 6 von 8. Ernsthaft? Nein? Warum? Okay, auch bei Romhays über Angreifen bringt trotzdem nichts. Egal, wie es dir umwende, er möchte nicht. Na gut, muss man damit rechnen. Muss man damit rechnen. Muss man das halt heruntersetzen. Kriegsunterstützung dazu bekommen wir natürlich auch was, aber... Auch mal ein bisschen Doktrinen forschen noch. Das wäre noch eine schöne Idee. Gebt mir mal die verbesserte Haubitze. Ah. Das ist Memelland, wunderbar. Kann ich vielleicht jetzt bei euch mal beitreten? Nein. Immer weil wir in einem Kriegszustand sind. Hey, der Witzker. Ich meine, Bündnis zu stellen kann ich. Hm-mm. Warte, wobei, warte, 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 warte. Ich habe eine Idee. Beziehung verbessern? Ja. Bündnis zu stellen. Okay, okay, Moment, Moment, Moment. Mir fehlt der Nationalgeist. Bitte was? Sie möchte mich vergag ein, oder wie? Oh, der Witzker. Okay. Warte, hat er dann keines Upgrade bekommen. Bringt es irgendwie was? Nein. Bringt mir rein gar nichts. Oh, der Witzker. Haben wir genug Waffen? Hier paar haben wir. Kann ich irgendwas anderes kaufen? Einfache, schwere Jäger. Ähm, interessant. Würde mich jetzt aber auch nicht zum Ziel bringen, bin ich ganz offen und ehrlich. Wir haben alles, was wir benötigen. Wirklich alles. Und schaffen es einfach nur nicht hier durchzukommen. Danke dafür. Die letzten zwei. Kommen die noch oder kommen die nicht mehr? Oder bin ich verzehrt? Kann ich auch sagen, ich habe mich verzehrt. Die sind so gut wie draußen. Einmal und nochmal. Ja, das ist in Ordnung. Ihr trainieren. Wunderbar. Ja. Oh Gott, es funktioniert. Es funktioniert. Und wir werden von... Nächsten meine... Gegner Schuhbote. Weg mit ihnen. Ja, nur weg damit. Oh mein Gott. Wir starten endlich durch. Ich glaube, ich spinne. Ähm, noch mehr Doktrinenforschung machen. Ja. Ähm, Organisation Tust 10. Ja, her damit. Das schnappen wir uns sowas von. Das haben wir schon alles gemacht. Dich auch, dich auch, dich auch. Konvoibefallkrieg. Boah, Abrikadebrecher. Etc. Juckt mich alles gerade nicht. Gebe ich offen und gehe ich zu. Moral der Armee. Ja, erhöhen. Erhöht die Moral von der Armee. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, ja. Können beide die Truppen auch hier mit reinjagen. Ähm. Wir sagen, du hörst damit auf. Hier kommt alle nach da unten hin. Go, 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 go. Passt. Wir haben einen verloren. Das macht nichts. Aber wir sind angekommen. Wir sind angekommen. Rein damit. Und rein damit. So. Go, go, go. Und go, go, go. Mhm. Können Beiß bekommen. Auch hier. Ab und nach unten. Greife an, greife an. Wir müssen diesen Brückenkopf bekommen. Egal wie. Egal mit welchen Mitteln. Das Ding muss uns gehören. Sonst drehe ich nämlich noch voll am Rad. Aber sowas von. 90, komm. Komm, 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 komm. Ziehst durch. 92, 93, 94, 95. Ich habe euch einen einzigen Trupp verloren. Das ist in Ordnung. Das ist von ganz in Ordnung. Jetzt haben wir es. Das war's. Das war's. Wir bringen durch. Wir bringen durch. So. Wir sagen, bitte. Ihr Teil von denen hier. Yep. Ihr hier bitte zack dorthin. Ihr hier bitte zack dorthin. Go, go, go. Nein. Du kommst auch darüber hin. 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 Wunderbar. Du auch. Zack. Darüber hin. Gehört uns. Gehört alles uns. Go, go, go. Und wir sagen dann direkt schon mal. Ihr greift an. Bis nach da oben hin. Oh mein Gott. Das wird herrlich. Das wird sowas von herrlich. werden. Ebenso. Go, go, go. Dann wäre die Idee. Spanien. Spanien hat bereits ein paar Truppen. Aber es macht nichts. Wir können es trotzdem einnehmen. Würde ich behaupten. 90 Tage. Maurice gehört uns. Dann sagen wir Produktion erhöhen. Ihr habt Obergrenzen überhaupt. Wir brauchen mehr. Es müssen nicht gefährlicher werden. Wir brauchen einfach mehr davon. Wobei. Gefährliche ist auch nicht so schlecht. Als nächstes. Was fehlt uns denn? Die Waffen wahrscheinlich ziemlich schnell ausgehen. Deutschland. 1.500 mit 2 Stück für 2 Lieferungen, damit das schneller geht. Yep. Und dann möchte man noch bitte... 2.700. 1.500 von denen hier. Zack. In 7 Lieferungen haben. Das passt. So kriegt man es meist hin. Und dann haben wir noch... Angenommen. Angenommen. Und dann hätten wir noch... Einen einzigen übrig. Der soll einfach weiterbauen. Das passt. Bis wir den Rest haben. So. Go. 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 Wir sind hier. Und wir werden nicht wieder weggehen. Und... Einen noch nachbauen. Den einen möchte ich bitte hier drin sehen. Und danach noch darüber hingehen. Und gut ist. Wir sagen bitte, ihr macht... Konvoi-Überfälle. Schießt alles, was ihr abschießen könnt. Sorte. Meins. Einfach nur meins an der Stelle. Wir brechen jetzt hier durch. 16.000 zu 4.000. Hey, ja, warte's nur ab. Wenn ich mit euch fertig bin... Seid ihr hinüber. Mhm. Sehr sogar. Ich würde sagen... Ey, Leute, bitte. Greift noch mit dazu an. Wunderbar. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. 22.000 zu 13.000. Er wird wilder. Er wird auf jeden Fall wilder. Raus mit ihm. Go. Passt. Das ist vollkommen in Ordnung. Wir haben noch genug Truppen und Waffen übrig für den Moment. Yep. Mittwoch auf für den Moment. Und bitte direkt da durchrauschen. Das ist genau deine Aufgabe. Ebenso da durchrauschen. Mit allem, was wir haben. Go, 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 go. Hallo, bessere Infanteriewaffen. Die sehe ich hier richtig gerne sogar. Ähm, was machen wir sonst? Noch Zusatzrüstung. Yep. Die können wir uns leisten. 25 pro Tag. Nur noch 10 pro Tag. Aber es passt trotzdem. Wir haben immer noch unseren Schub an Material, die wir gerade haben. Yep. Solange wir da jeden Monat so die knapp 1000 Stück bekommen, ist es schon viel, muss ich sagen. Amphibische Angriffe. Ah, ne. Ich hätte lieber ganz so was wie Festungsknacker. Ganz ehrlich. Mit einem Trendführer. Das wäre auch noch was. Alles besser, als wir es momentan haben. Um es ehrlich zu sagen. Ähm, bitte... Brigaldivision machen. Das passt. Und kollaborieren, dass wir da ein bisschen weniger drin haben bei dem Ganzen. Ist im deutschen Bereich beigetreten. Okay. Die Doktrine ist fertig, die nächste. Hauen wir direkt nochmal eine raus. Denn so günstig kriegt man die nicht so schnell. Auch wenn es in Anführungszeichen nur Verteidigung ist, ist es trotzdem was wert. Heute auf den Park wurde geschlossen. Ähm. 72 gab es immer noch nicht. Reicht immer noch nicht aus. Beitreten kann man nichts. Das kann man auch nicht machen. Schade, schade. Nichts, das geht. Ich bräuchte eigentlich ein bisschen mehr Basis-Stabilität, gebe ich auch und ehrlich zu. Aber nichts davon funktioniert. 35 zu 18.000, okay. Wir boxen weiter durch. Es sieht nicht gut aus in der Versorgung, aber... Wir sollten auf Dauer durchkommen, theoretisch. Ja, ich sehe gerade, ähm... So. Produktivität noch ein bisschen erhöht von dem Ganzen, dann passt es schon. Und es darf nämlich die Atri eigentlich nicht ausgehen. Das ist ein bisschen ungünstig gelaufen. Ein bisschen sehr ungünstig sogar. Ähm. Was können wir noch machen? Wir können, sagen, Fabrik-Leistung erhöhen. Yep. Welche Art von Leistung, die wir erhöhen können, ist eine wunderbare Leistung. Ich würde gerade sagen, wir waren doch eigentlich schon drinnen. Das kannst du mir jetzt nicht antun. Ein paar U-Bude wieder verloren. Wir haben nicht viele. Wieder eins verloren. Okay. Was ist, wenn wir jetzt sagen würden, theoretisch? Wir greifen nicht mehr an. Sondern wir verteidigen nur noch. Wäre das eine Strategie oder wäre das keine Strategie? Vereffizienz steigern? Ja, gerne doch. Von den Paaren, die noch da sind, würde ich mal behaupten. Ähm, bitte mittleres Risiko machen. Das passt dann schon. Mehr können wir uns nicht leisten. Verbesserung für die Arbeit. Yep, das brauchen wir. Herde mit. Einmal Herde mit. So, und ihr verteidigt die ganze Zeit? Es ist nur, yep. Solange ihr verteidigt, dankeschön, können wir schon mal nicht so viel verlieren. In der Hoffnung, dass der Gegner natürlich mehr verliert, wäre das ganz, ganz wunderbar. Mehr Organisation für die Truppen? Yep, her damit. Ja. Okay, keine Angriffe mehr. Keine Angriffe. Ganz soft? Okay. Rekon finde ich so, sehr gut. Könnten ihr mal sagen, Marinestützpunkt hier in Bauen. Zack. Wie viel kostet ihr momentan? 5.000. Okay, warte mal. Er hat Point in Kier erklärt. Viel Spaß da mit Deutschland. Mh... Hier im Kerngebiet, das wäre noch eine interessante Sache. Integrierte Unterstützung, weicher Angriff, plus 25 Prozent, ja. Einfach nur ja an der Stelle. Go, 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 go. Wo ist ein Alliierten beigetreten? Äh, können wir dir auch beitreten dann? Nein, schade. Ich möchte Teil von euch werden. Das wäre echt schön. Dann will ich euch bitten. Ja, das können wir machen. 62. Ah, kann ich jetzt anfangen mit... Nein, 70 Prozent, okay. Es fehlt noch ein bisschen was. Dann können wir auch Zeug bekommen. Das dauert mehrere Jahre, das kann ich vergessen. Dies kann man vergessen an der Stelle. Zu den Ausrüstung, jepp. Die ist für später recht gut. Und wir tun auch für später. Ähm... Da können wir gleich noch einen Bonus drauf. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Aber Schwierigkeiten erhöhen, was soll's. Der greift zeitlich noch mit an. Das könnte gleich was werden. Wunderbar, nein, nein, nein. Da ist ebenso noch was draus geworden. Ähm, ja... Das könnte ein bisschen unschön noch werden. Ja, ziemlich arg unschön sogar. Ah, wir haben sogar nicht mal die Luftdurheit. Das erklärt geradezu einiges. Ende des Völkerbundes. Alles klar, alles klar. Oh, sie haben's gekündigt. Oh, das ist aber fies. Das ist aber fies an der Stelle. Okay. Wir können zum Beispiel ein bisschen was noch mehr produzieren da unten. Ähm, haben wir denn... Ach, ich warte, Theotismus. Das ist natürlich was anderes. Bringt das das natürlich gerade gar nix? Das ist U-Boot, wäre vielleicht nicht schlecht. 70, 78, jetzt haben wir das, was wir brauchen. So, bitteschön. Leibacht-Anfrage von dir. 5.000 Waffen. Deutschland, Leibacht-Anfrage. Und, ach, du magst es noch nicht. Okay, warte, das haben wir gleich. Beziehung verbessern. Ähm, Slowakei. 10. Du magst es wahrscheinlich auch nicht. Ja, aber da können wir auch die Beziehung mehr verbessern. Das passt. Norwegen. Ei, der Witzke hat sich so eben aufgeteilt. Na, viel Spaß damit. 5.000 Waffen wir eben bekommen. Das ist viel. Das ist richtig viel. Baking Cake. Okay, okay, okay. Alles gut soweit. Ähm, Waffenhandel. Und da haben sie Nein dazu gesagt. Ne, ich sehe es bloß gerade nicht. Ah, ne, die nicht. Bei euch passiert es. Vielleicht noch ein paar Handelskonvois. Nein, okay. Was soll's. Italien zu mir. In 24 Tagen kommt eine Lieferung an. Das ist schon mal recht gut. Das gefällt mir. Der weiße Tod. Na, viel Spaß mit dem weißen Tod. Und die 5.000 haben und den Rest auch. Ähm, wir sagen noch bitte über Schweden handeln. Dankeschön. Evolutivität höher ist. Ideologie im Kernland. Theoretisch ja, weil eigentlich müsste es mal Kernland werden. Ich eigentlich auch Eigentümer davon bin. Danke fürs Gespräch. Zack, da bitte rein. Die Ferne ist abgeschlossen für Spanien. Jepp. 10. Januar. Das werden wir wahrscheinlich nicht halten können. Überhaupt nicht sogar. Haben wir die 5.000 haben wir bekommen? Jepp haben wir. Okay. Nächsten 1.000 sind unterwegs. Brechen. Zack und zack. Deutschland. Du magst uns gerade mehr, sehe ich gerade. Du magst uns richtig mehr sogar. Ähm. Pseudo-Einheiten bauen. Dich hier. Die ganze Lagen davon. Warten kurz 2 Tage. Dankeschön. Und wir sagen, bitte. Einfach dann Frage von dem hier und dem hier. Dankeschön. 13.000 Waffen. Ich glaube, damit müssen wir was anfangen können. Will ich jetzt mal behaupten. Ähm. Italien. Du handelst mit mir gerade noch ein paar Tage. Jepp. Ein paar Tage sind es. Weißer Hausland. Okay. Noch halten wir nicht ganz so durch, leider. Etwas unschön. 18.000. Das ist in Ordnung. Müsste bald weniger werden. Ich weiß, das quält gerade niemandem, was ich hier betreibe. Aber ihr müsst leider damit noch ein bisschen auskommen. Sind wir auf ein bisschen. So. Leibhacht in 2 Tagen. So. Clearen. Dann noch einmal bitte. Zack, zack. Und zack. Das nicht. Okay. Auch nicht schade. Nummer 5.000 Waffen. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Sogar richtig gut leben. Ähm. Weiche Angriff von den Einheiten. Jepp. Machen wir. Wie lange haben wir das Ziel nochmal? Bis Januar. Ja. Das können wir nicht halten. Ich glaube, wie ich das gerne haben möchte. Wir können das so nicht halten. Schade eigentlich. Na gut. Es geht nicht immer alles. Auf der Nahrungsschützung brauchen wir nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Warten wir mal bald. Mir geht bald das Öl aus. Ähm. Sowjets. Ein Fass. Das reicht schon mal aus. Okay. Ihr seid bei weit neulich ausgerüstet. Nopterfeno paar tausend. Wir können mal sagen, das kommt alles weg. Mhm. Dann sollte man da eigentlich relativ schnell und zeitig Erlösung sehen. Sprach und hat noch nichts gesehen. Okay. Was können wir sonst noch alles machen? Ähm. Wir möchten bitte. Ähm. Infantier und Artie. Die können wir noch verbessern. Ja. Das passt. Wir benötigen. Ähm. Anlegerecht bitten. Mhm. Anlegerecht bitten. Ja. Das passt. Wunderbar. Und. Ähm. Durchmarschrechte bitten. Das wäre noch was. Dankeschön. Das hätte ich gerne. Durchmarschrechte. Das geht nicht. Grundabneigung. Schade. Das wäre jetzt zu schön, um wahr zu sein. Und das noch hätten. Okay. Was soll's? Wir haben 1.000. Wir haben Waffen. Wir haben Waffen. Nenne ich wieder. Ich glaube ich spinn. Die kamen wahrscheinlich gerade von euch, oder? Ja. Definitiv. Kriegen wir vielleicht ein paar Handelsschiffe noch? Ja. Oh mein Gott. Ja. 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 Eine Menge Handelsschiffe. Ist mir grün. Ist mir grün, dort nur grün. Oh, ich sehe gerade was. Mein Freund. Der stille Jäger. Der trinkt auf jeden Fall. Der trinkt auf jeden Fall dadurch. Schutzschiffe. Ebenso noch machen. Das kriegst du alles von mir. Hubot Angriff und Verteidigung. Und das ist so nah. Nee, Angriff und Verteidigung. Damit sollte man eigentlich in der Lage sein, alles abzuschießen, was der Gegner hat. Aber sowas von. Wir werden dich finden und wir werden dich vernichten. So schaut's aus. Okay, ihr seid... Euch fehlt's ein bisschen. Euch fehlt's echt ein bisschen. Ähm. Wie viele habt ihr denn übrig? Noch 20 Divisionen. 15, 15. Wahrscheinlich da hinten nichts mehr. Ich will hier gerade eine kleine Sehnenversion zu machen. Die Frage ist, ob das was bringt. Ich glaube nämlich eher weniger. So, zack, zack. Schauen wir doch mal. Da wird keiner angreifen, sowieso schaut's schade. Dies möchte keiner von denen. Hm, 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 hm. So haut's hin, sowieso ausschaut. Dazag und ihr 20, darum durchbrettern. Zusammen mit euch hier durchbrettern. Und ihr hier durchbrettern. Mhm, das könnte eventuell funktionieren. Wir tun auf eventuell. Bin mir noch leicht unsicher an der Stelle. Hätten wir mal den Upgrade noch hinterher geschmissen. Und dann gucken wir mal, ob wir das nicht irgendwie knacken können. Tun auf irgendwie. Aber das ist noch so, wie es mir aber nicht mal. Macht's gut und wie immer. Tschüssi. нуть dem. Und dann libraries reach out. gathering in Hopper. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020